Ich koche total gerne mit frischer Zitrone und heute pöpfe ich meinen Kalbschnitzel damit auf. Ich hab noch einen super Trick für euch, noch mehr Saft bekommt ihr raus, wenn ihr sie kurz vorm Anschneiden übers Brett rollt. Noch mehr Rezepte mit maximal 5 Zutaten verlinkt euch hier. Bis zum nächsten Mal.